Es ist schwer, von einem geliebten Menschen Abschied nehmen zu müssen. Aber es tut gut zu erfahren, mit wie viel Achtung, Liebe und Würde er seinen letzten Weg beschreitet. Das Bestattungsinstitut Scholz steht Ihnen im Trauerfall mit Rat und Tat zur Seite. Mit langjähriger Erfahrung und der Fähigkeit, auch auf persönliche Wünsche einzugehen, sorgt das Bestattungsunternehmen aus Frankenberg für eine würdevolle Abschiednahme und kümmert sich um alle Formalitäten. Die Beisetzung soll so einzigartig wie der Verstorbene selbst sein. Die klassische Erdbestattung ist immer noch die meistverbreitete Bestattungsart. Trauerdekoration, liebevoll verarbeitete Holzsärge und Deckengarnituren können in den Räumlichkeiten des Bestattungsinstituts aus einem vielseitigen Sortiment ausgewählt werden. Gerade bei der Erdbestattung wird viel Wert auf eine persönliche und individuelle Grabgestaltung gelegt. Die Mitarbeiter helfen Ihnen auch hier bei der Bepflanzung und Dekoration des Grabes und übernehmen gerne die anschließende Pflege. Auch bei einer Feuerbestattung ist die Beisetzung auf dem Friedhof möglich. Sie bietet die ideale Basis, dem Tod und den letzten Weg einen möglichst individuellen Ausdruck zu verleihen. Das Bestattungsinstitut Scholz bietet hierzu die passenden Uhren. Neben einer Luftbestattung, Beisetzung auf See oder der Diamantierung ist die Waldbestattung gerade für naturverbundene Menschen einer der wohl individuellsten Bestattungsarten. Hierbei wird die Urne im Wurzelwerk eines Baumes vergraben. Auch wenn der Gedanke an den eigenen Tod unangenehm scheint. Um die Beisetzung nach den Wünschen des Verstorbenen zu gestalten und diese finanziell zu sichern, berät sie das Bestattungsinstitut Scholz ausführlich auf eine Trauervorsorge. Denn wer heute vorsorgt, nimmt Angehörigen in der Zukunft die Sorgen ab und gibt Zeit zur Trauer und Besinnung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017